Fable Anniversary Die Neuauflage des 2004 erschienenen ersten Teils der Rollenspielserie entführt zurück in die Fantasy-Welt von Albion. Fans finden darin allerdings eine komplett remasterte Umgebung samt HD-Grafik und schönerer Charaktermodelle wieder. Die Geschichte rund um einen Jungen, der seine entführte Familie befreien muss, wurde hingegen nicht verändert. Lightning Returns Final Fantasy XIII Helden Lightning erwacht 500 Jahre nach den Ereignissen von Final Fantasy XIII 2 und findet eine Welt vor, die dem Untergang geweiht ist. Im Auftrag einer Gottheit gilt es, die Apokalypse in nur 13 Tagen zu verhindern. Das Besondere an dem Spielverlauf. Je nach Entscheidung können erfüllte Missionen die Uhr vor- oder zurückdrehen. Konsequenzen wirken sich sowohl auf den Ablauf der Geschichte als auch die frei erkundbaren Schauplätze aus. Plants vs. Zombies Garden Warfare PopCap überführt das populäre Mobile-Game in die Konsolenwelt. Mit dem ursprünglichen Tower Defense Spiel hat Garden Warfare aber nichts zu tun. Anstelle dessen bekriegen sich Spieler als Pflanzen oder Zombies in Multiplayer-Duellen und versuchen einander, mit ausgefallenen Mordinstrumenten die Köpfe einzuschlagen. Online wie offline darf zudem auch kooperativ gegen die untote oder grüne Plage vorgegangen werden. Ubisofts Meisterwerk räumte vergangenes Jahr eine Auszeichnung nach der anderen ab und wurde von so manchem Fachmedium sogar als bestes 2D-Jump'n'Run unserer Zeit betitelt. Der große kommerzielle Erfolg lässt hingegen noch auf sich warten, was die Portierung für die neuen Konsolen ändern soll. Bei wem bereits eine PS4 oder Xbox One zu Hause steht und wer ein Faible für fordernde Geschicklichkeitsspiele und chaotische Multiplayer-Partien hat, sollte nicht nur ob der schärferen Bilder und schöneren Effekte zuschlagen. Castlevania Lords of Shadow 2 Es ist bereits die 35. Fortsetzung des Action-Adventures und sie ist so untot wie eh und je. Im Umhang von Dracula gilt es, die alten Kräfte wiederzuerlangen, um für die bevorstehende Ankunft Satans gewappnet zu sein. Das Schlachtfeld des Blutsaugers ist erstmals frei begehbar, weshalb zur leichteren Steuerung und für die actionreichen Auseinandersetzungen mit Dämonen eine bewegliche Kamera zur Anwendung kommt. Thief Die Neuauflage von Thief versetzt Spieler 16 Jahre nach Erscheinen des Originals zurück in die schleichenden Stiefel des Meisterdiebs. Es ist an der Zeit, die Stadt von der gnadenlosen Herrschaft des Barons zu befreien und dabei die in Punkt lebende Oberschicht um den einen oder anderen Wertgegenstand zu erleichtern. Die Entwickler versprechen, auf die alten Pfade zurückzukehren und Deep Garrett in der Steampunkkulisse mit allerlei nützlichen Gadgets auszustatten, um die Missionen lautlos erfüllen zu können. Gleichzeitig sollen auch Neulinge einen Zugang zur Unterwelt finden können.